Bergflockenblume Die Bergflockenblume sieht der Kornblume sehr hellig, doch ist die Blutegier-Absatzzeichen her und die Farben k-haftiger. Die Bergflockenblume ist selten geworden daher in vielen Gegenden geschützt und darf nicht gepflückt werden. Die SCH-Absatzzeichen in und langblende Bergflockenblume kann in den meisten Gärten problemlos kultiviert werden. In der europäischen Volksheilhunde ist sie ein beliebtes Heilkraut, in der modernen Pflanzenheilkunde spielt sie jedoch keine Rolle als Heilpflanze. Hauptanwendungen Volksheilkunde Verdauung, Heilwirkung Volksheilkunde Abfrend, adstringierend, abitiv-Absatzzeichen-Dent, entzündungshemmend, harntreibend, hustenstillend, Menstruationsv-Absatzzeichen-Dent, Verdauungsv-Absatzzeichen-Dent, Anwendungsbereiche Volksheilkunde Apfmittel, Appetitlosigkeit, Augenentzündung, Darmigkeit, Entzündungen, Hautpflege, Tonika, Verdauungskrankheiten, Verstopfung, Wassersucht, wissenschaftlicher Name Centauria montane Pflanzenfamilie Korbeltnüchse, Asteracea Englischer Name Mountainblüts, Mountaincornflower Volkshemlicher Name Alpenflockenblume, Bergflockenblume, Bergflockenblume, Gemeinebergsenne Verwendete Pflanzenteile Blüten Inhaltsstoffe Bitterstoffe, Farbstoffe, Gerbsuhre, Schleim Sammelzeit Mai, August Konterindikation Schwangerschaft, Stillzeit Nebenwirkungen Es gibt Menschen, die auf Korbeltler allergisch reagieren Bergflockenblume Tee 1 Essl-Absatzzeichen-Fäbelten mit 250ml Haimwasserberginn, 10 Minuten ziehen lassen und abseihen F-Absatzzeichen det den Appetit, STRKT die Verdauung, Galle und Leber Getrunken wird eine Tasse vor den Mahlzeiten Bergflockenblumenbluten werden aber meistens nur anderen Teemischungen, zum Beispiel Hustentees, beigegeben Umschlge Kompressen mit dem Tee helfen bei geschwollenen Augen- und Augenkrankheiten Nach dem Volksglauben soll die Bergflockenblume besonders bei Menschen mit blauen Augen wirken Gurgeln Gurgeln mit dem Tee hilft bei Entzündungen im Mundraum Geschichtliches Eine alte Pflanze in der Volksheilkunde, im Mittelalter wurden mit ihr Salben zur Wundheilung hergestellt Zeitweise auch als Haarwasser- und Haarpflegemittel genutzt Wird praktisch nicht in der Pflanzenheilkunde genutzt, der beliebte Pflanze in Bauernktern, der lange blind Pflanzenbeschreibung Bergflockenblume Die Bergflockenblume ist in Europa heimisch Sie WCHSD bevorzugt in Mittelgebirgen und Gebirgen zwischen 500 und 2100 Metern an Waldendern und Bergwiesen Die mehrige Pflanze wird zwischen 15 und 70 Zentimeter hoch Die Bärälder sind schmal- und eiformig, meist mit spitzem Blattende Die tiefblauen und innen-violetten Blüten erscheinen zwischen Mai und August Aus den Bergflockenblumenblüten entwickeln sich im Herbst die Samen Anbautips Im Fling aus Ähen, oder Bär den Winter in T-Absatzzeichen 5 vorziehen Die Bergflockenblume liebt Humosen und kalkhaltigen Boden Der Standort sollte halbschartig bis sonnig sein FHLT sich die Bergflockenblume an dem Standort wohl, so verbreitet sie sich Bär aus Laufa und Samen Mit der Zeit bilden sich kleine Gruppen der Pflanze Sammeltipps In vielen Gegenden geschützt und darf nicht in der Natur gesammelt werden Geerntet werden Blüten, die sich gerade erst Geh-Absatzzeichen findet haben Blüten kann man zupfen, diese müssen schnell aber schon entgetrocknet werden, damit die blaue Farbe erhalten bleibt Gelingt nicht immer Man kann auch das Kraut mit den Blüten ernten und als Pindel an einem schattigen und luftigen Ort trocknen, so bleibt die blaue Farbe am sichersten erhalten Nach dem Trocknen werden die Blüten gezupft oder Blütenkel und Blütenboden entfernt Die getrockneten Blüten müssen dunkel gelagert werden, da Licht die getrockneten Blüten schnell ausbleicht Blütenkel und Blüten Blütenkel und Blütenkel Blütenkel und Blütenkel